Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Europa Bouleversales, unserer Rollenspielrunde. Mein Name ist Zakor und mit mir zusammen ist Shalomdon. Hallo. Hallo in die Runde. Wir sind hier auf dem Kanal von Writing Bull für Strategiespiel und Strategiespiel Neuerscheinungen und beobachten hier gerade einen hübschen Krieg im Heiligen Land. Da ist gerade etwas im Anbahn. Wir haben ja einen schönen Cliffhanger gehabt in der letzten Folge. Da marschieren jetzt gerade die wieder voll erstarkten Kondottierien des Osmanischen Reiches nach Kairo. Die Mameluken bewegen sich auch aus Nubien wieder gen Norden und könnten jetzt mit gemeinsamer Kraft den Christen entgegentreten. Da bin ich gespannt. Aber ich glaube, die haben schon reagiert. Das ist die letzte Messe? Noch nicht gelesen quasi. Tja, aber die haben schon, glaube ich, reagiert, oder? Ne, die sind sich noch nicht, ihr das Glück ist bewusst. Die verteilen sich gerade. Du hast es ja vorhin schon prophezeit, dass das so eine Strategie sein kann, zu warten und dann aus dem Nichts zuzuschlagen. Und ich glaube, das könnte hier bald passieren, wenn sich die Katholiken hier zu weit auseinanderziehen lassen. Ah, der Papst hat den Braten gerochen, bricht seine Belagerung ab hier in Tartabuk und marschiert jetzt zurück, um seine christlichen Brüder zu unterstützen. Aber noch ist es nicht zur Schlacht gekommen. Jetzt wird hier wahrscheinlich ein, nicht ein Mexican Standoff sein, das wird jetzt ein Jerusalem Standoff sein hier, nehme ich mal an. Aber das kann man öfter beobachten, ne? Dass gerade Spieler sehr ungern eine Belagerung abbrechen, weil sie halt wissen, dass das, glaube ich, die Zeit kostet. Und gerne. Aber der Papst hat halt ja auch wirklich einen göttlichen, das ist das richtige Wort, General. Und zwar, der hat sechs Fernkampfpunkte, vier Nahkampfpunkte, einen Manöverpunkt und einen Belagerungspunkt. Das müssen aber ziemlich viele Kerzen gewesen sein, die ihr da gespendet habt. Ja, auf jeden Fall. Also da müssen sich die, wobei der, der, ja, der osmanische General neutralisiert das schon fast wieder. Der hat nämlich fünf Fernkampfpunkte und vier Nahkampfpunkte. Das heißt, so groß ist der Vorteil dann auch nicht, aber es ist eben auch kein Nachteil. Ja, jetzt schauen die sich hier gegenseitig an und nichts passiert. So sieht das für mich aus. Die stehen einfach hier auf Sinai, Gaza, was ist das hier, Aqaba, stehen sie rum und warten, dass die anderen sich bewegen. Jedes Warten hilft, aber dem Abelok, muss man klar sagen, der hat keine Mannstärke mehr. Ja, und je länger der Krieg dauert, desto mehr er wieder regenerieren kann, muss klar, wird er im Geschäft. Einerseits ja, andererseits ist ja das Kriegstier schon belagert. Das heißt, dort zählt auch der Zähler. Aber die Katholiken scheinen hier gerade ihre Armee zusammenzuziehen und werden wohl einen Schlag gegen die Mameluken wagen. Das sind insgesamt jetzt über 70.000 Mann, die auf 30.000 Mameluken marschieren. Im Hintergrund stehen noch 20.000 Osmanen, das kann sehr spannend werden. Also ich würde mich auch langsam zurückziehen, sodass man mich nicht erreicht, wäre ich jetzt der Mamelukke. Denn so eine große Truppe in diesen wenig developeden Ländern, das bedeutet richtig Manpower-Verlust. Aber er hatte, glaube ich, keine Abnutzung. Die Schlacht, es hat sehr spannend angefangen, aber jetzt scheint sie sich doch für die Christen zu wenden. Also zugunsten der Christen. Die haben ja eine große Überzahl angegriffen. Es sind auf beiden Seiten etwa schon 20.000 Mann gestorben. Und die Christen haben die Schlacht gewonnen. Die Schlacht von Scharkia. Eine wahrscheinlich der größten Schlachten, die wir bisher gesehen haben. Hier humpeln die Mameluken zusammen mit den Osmanen weg. Jetzt wird hier noch eine Vasallenarmee von Aden abgefangen. Also Aden ist der Vasalle. Und nun wird Kairo belagert. Das heißt, jetzt ist der Weg in die reichen Gebiete der Mameluken offen. Und wenn die dann erstmal belagert sind, dann wird es richtig teuer für die Mameluken. Denn dann gibt es ja auch keine Steuereinnahmen mehr, wenn die Gebiete besetzt sind. Ja, da hilft auch der lange Arm des Sultans. Ich glaube wirklich, dass sich der Sultan so ein bisschen gerade in den Hintern beißt, dass er die Mameluken so geschwächt hat. Ich habe ihn aber gewarnt. Vielleicht hast du die vorherigen Folgen schon gesehen. Da habe ich ihn einmal schon gewarnt, dass er die Mameluken schwächt. Und dadurch wahrscheinlich den Christen die Gelegenheit bietet, das Heilige Land zu aubern. Da meinte er, nein, 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 das würde nicht geschehen. Und die Mameluken seien stark genug. Aber wir sehen, sie sind anscheinend doch nicht stark genug. Sogar mit der Hilfe des Sultans. Der Orbsosmahn. Wahrscheinlich hat er da von seinem eigenen Reich auf das Mamelukenreich geschlossen. Ohne zu berücksichtigen, dass wir sehr viel weiter zerstreut sind. So komprimiert. Ja, na gut, man muss sagen, die Mameluken waren ja stark. Bis zu dem Moment, als sie von den Osmanen angefallen wurden. Das heißt aber auch für den Mamelukischen Herrscher, dass er weiß, dass er derzeit nur als Prübelknabe herhalten kann. Das heißt, er muss noch eine Menge investieren, sprich erobern oder halt andere Wege suchen, um halt wieder auf Stand zu kommen. Ja, also ich lehne mich mal aus dem Fenster und prophezeie, dass er in diesem Krieg wahrscheinlich den Forderungen nachgeben werden muss. Und jetzt gibt es auch noch kretische, glaube ich, Nationalisten. Auch Kreter. Ja, die werden sich dort wahrscheinlich selber befreien wollen. Behe, die kriegen wieder so einen guten General. Der General ist tatsächlich gut, der hat zwei Fernkampf und fünf Nahkampf. Oh Mann. Das hatten wir auch schon belustigt beobachtet, dass sich keiner an Kreter herantraut, weil da dieser gottgleiche General steht. Und jetzt ist er schon wieder so ein guter. Der Herrscher von Moskau ist verstorben. Hä? Der ist doch erst verstorben, als wir mit ihm gesprochen haben. Oder wie war das? Ich glaube, das war der Osmanische Sultan, der da verstorben war. Aber der Moskauer Herrscher ist tatsächlich auch mal im Gespräch mit uns verstorben. Er hat ja, er war aber, er hat doch gesprochen von seinem Großvater und seinem Vater. Hatte er schon Nachkommen? Hm. Schauen wir mal. Ja, da hat wohl die, tatsächlich jetzt die Herrscherfamilie gewechselt. Das ist ja auch eine große Veränderung. Da waren ja vorher die, wie hießen sie, die Temni, glaube ich, Rurikowitsch war einer. Rurikowitsch. Das waren ja die Nachfahren des Ruriks, der wahrscheinlich von den Wickerngern gekommen ist. Und davon haben sich die Herrscherlinien abgeleitet in Moskau. Und diese Herrscherlinie ist nur ausgestorben. Und da ist jetzt die Herrscherlinie Tversky gekommen. Da bin ich ja gespannt, ob die Politik überhaupt noch weitergeführt wird, die dort angekündigt wurde. Oh Mann, was ein Chaos. Hier gibt es wieder eine kleine Schlacht. Da hat sich eine Armee von Karakoyunlu verirrt. Nach ins Heilige Land wird hier komplett, nein, nicht komplett, aber fast komplett niedergemetzelt. Kairo ist inzwischen besetzt. Ja, das würde ich so unterschreiben. Jetzt trauen sich schon die Osmanen wieder ein bisschen ran und die Mameluken. Die eugen wahrscheinlich, ob sie irgendwo mal eine christliche Armee, eine Kreuzzügelarmee alleine erwischen. Aber die halten sich relativ kompakt hier. Die machen das geschickt. Sie kassieren zwar nicht viel Abnutzung, dadurch, dass sie sich immer so auf zwei, drei, vier Provinzen verteilen, aber sind die ganze Zeit nah beisammen und können sich verstärken. Das heißt, es ist hier wirklich nicht leicht, die von dir da vorgeschlagene Taktik anzuwenden, um hier einzelne Armeen rauszupicken. Da hat der Papst wohl seinen Flohsack endlich mal im Griff. Ja, das sieht hier sehr schön aus, muss ich sagen. Sehr koordiniert, sehr strategisch wirksam auch. Die Mameluken sind hier, glaube ich, unschlüssig, was sie dagegen tun sollen. Ich gucke noch mal kurz in die Mameluken rein, wie da jetzt die Kriegsunzufriedenheit aussieht. Und jetzt wurde auch hier die marmelukische Flotte nochmal erwischt. Oh, hier ist eine neue Veränderung. Andalusien kommt zur Hilfe. Andalusien hat eine Condottier-Armee an die Mameluken gesendet und marschiert hier Richtung Alexandria. Dort werden sie aber auf die Kölner Belagerer treffen, die von Münster und Trier geschützt werden, die sich direkt hinter der Belagerungslinie befinden. Und der Papst ist auch nicht weit weg. Ja, die Frage ist jetzt, können denn die beiden anderen das wieder vorgeschlagen werden? Mameluken und die Condottier-Armee aus Gala? Ja, die marschieren gerade nach Ägypten. Das könnte jetzt spannend werden. Köln bricht die Belagerung ab. Die haben den Braten gerochen, offensichtlich die Christen. Und jetzt stehen sich hier... Ja, das kriegst halt ja immer los. Ja, jetzt stehen sich hier... Und der... der Osmane? Nee, hat jetzt mehrmals versucht es anzugreifen, wieder abgebrochen. Der ist sich nicht ganz schlüssig. Jetzt stehen hier Mameluken, Osmanen und Grenada ist jetzt inzwischen in Alexandria angekommen. Die Johanniter-Orden sind auch wieder angelandet. 60.000 Christen stehen jetzt in Kairo. Das war mal ja. Und greifen jetzt anscheinend... wollen jetzt gemeinsam angreifen, wie es scheint. Also sie sind sich nicht ganz einig, wen sie angreifen wollen. Erst ging es auf die Osmanen, jetzt vielleicht doch wieder Granada. Und die Gefestung steht da noch. Das heißt, sie können auch nicht frei agieren. Also sie haben Kairo besetzt. Die Gefestung in Kairo wirkt sich jetzt sozusagen andersherum aus. Die blockiert also für die Christen, gegen die Muslime. Und sie könnten... oh, jetzt wird Kairo angegriffen. Osmanen, Osmanen, Granada und Mameluken gleichzeitig marschieren nach Kairo. Münster verstärkt. Der Johanniter-Orden hat sich ein bisschen verspätet. Oh, und da werden die Christen jetzt wohl besiegt. Das sieht nach einem Sieg für die Muslime aus. Die haben jetzt die Überzahl. Also ich habe vor diesem Krieg noch ein Boot bekommen vom Johanniter-Orden, der etwas konfus fragte, ob das denn okay sei, wie der Sultan am Bosporus denn agieren würde. Erst die Mameluken verkloppen und die dann wieder einen Umweg stärken. Ja, naja, wenn es ums heilige Land geht, dann finde ich das eigentlich schon gerechtfertigt, dass er da angreift. Vor allem wenn er es selbst verschuldet hat, sehe ich auch so. Jetzt aus rein spielerischer oder spannenden, also aus spielerischer Sicht ist es natürlich kacke, weil jetzt verlieren die Christen ja wahrscheinlich ihre Armeen und können da nichts mehr weitermachen, weil einfach die Muslimen sich die ganze Zeit gegenseitig verstärkt haben. Ja gut, aber es ist gleichzeitig auch ein, wir gucken auf den Rest der Welt. Ja, die Muslime arbeiten eben wirklich gut zusammen. Die Christen haben es jetzt gerade erst geschafft, wieder mal zusammenzuarbeiten, aber die restlichen Christen schaffen das nicht so richtig. Hier wurden, glaube ich, die Armeen jetzt teilweise sogar aufgelöst. Ich glaube, die päpstliche Armee existiert hier nicht mehr. Ja, es ist natürlich über so weites Gebiet anzugreifen, das ist natürlich riskant, weil man dann kein wirkliches Rückzugsgebiet hat. Richtig. Und Granada hat ja, also dieser Eintritt von Granada hat ja wahrscheinlich den Christen jetzt das Gedick gebrochen. Es kann aber auch sein, dass sie dann anders planen werden. Die werden wahrscheinlich den Granada als nächstes Ziel erstmal nehmen. Erstens ist es näher dran, zweitens ist es schlecht zu verteidigen, auch von den anderen arabischen Herrschern. Und man hätte eine Schwächung dieses Blockes, um dann nochmal einen zweiten Kreuzzug auszulösen. Das ist halt auch keine schlechte Idee, weil sie sind ja nicht direkt bedroht. Gehen wir jetzt mal die Johanniter raus. Was auch jetzt für mich ein kleiner Wermutstropfen ist, der Eintritt der andalusischen Armee, der war eigentlich nicht ganz regelkonform, denn da sollte zumindest nachgefragt werden, ob man Condottieri noch schicken kann. Chipmunk ist ja hier Mitorganisator, deswegen kann er sich ja selber fragen, ob das erlaubt ist. Aber Andalusen hätte er eigentlich jetzt fragen sollen. Und da hätte ich ehrlich gesagt dann zu dem Zeitpunkt gesagt, nein, denn so spät noch in Krieg beizutreten, ist dann auch ein bisschen gemein. Ja. Aber gut, das werden die Lichtbringer unter sich ausfechten, gell? Tja, wahrscheinlich. Oh, und jetzt hat es Granada auch schon wieder ausgetreten. Die haben ihren Vertrag beendet und marschieren jetzt wieder zurück. Und jetzt... Ja, also da müssen wir dann wahrscheinlich da mal nachfragen, was der Grund dafür ist. Münster ist jetzt hier auf Zypern gerade in eine Schlacht mit griechischen Nationalisten verwickelt, wird aber wahrscheinlich die Schlacht knapp gewinnen. Die Frage ist, was von den Flotten liegen das, ne? Moment, jetzt ist es noch wieder im Krieg. Jetzt sind die Osmanen im Krieg mit Litauen, Moskau, Serbien. Und ich sehe hier auch Truppen des Deutschen Ordens, die für die Litauer, glaube ich, einstehen. Sind hier in einer großen Schlacht in der Nähe von Belgrad. Na, nicht ganz, aber sagen wir mal. In der ungefähren Nähe. Aus der Sicht des Mondes ist es ungefähre Nähe Belgrad. Und die Osmanen haben hier tatsächlich mit einer Unterzahl die Schlacht gewonnen. Unglaublich. Oh, und Schweden macht auch noch mit. Auch hier auf Seiten Moskaus, glaube ich. Ja, die Kondortiere-Armeen sind ja auf Seiten Moskaus. Und die zweite Schlacht werden die Osmanen wohl auch hier gewinnen. Also es ist unfassbar, was das für ein Bollwerk ist. Avara. Tja, also die osmanische Disziplin ist hier unerreicht. Und Moral. Nicht zu fassen. Gut, dann schaue ich mir mal genau an, wer jetzt hier den Krieg erklärt hat. Serbien hat den Krieg, ja, erklärt, um diese, seine Kernprovinzen wieder zurück zu haubern. Also Üsküb und Vidin. Was ja legitim ist. Die Osmanen haben jetzt ihre Kondortiere-Armee auch wieder zurückgezogen. Das heißt, die Mameluken stehen jetzt wieder alleine. Die sind immer noch sozusagen in den Kriegspunkten hinten. Belagern aber jetzt unter anderem Kairo und, was ist das, Karak. Die Festung im Heiligen Land. Das heißt, wenn die Christen jetzt nicht verstärken, dann werden sich die Mameluken wieder befreien können. Und der Krieg ist ins Leere gelaufen. Das Heilige Land wird bei dem Muslim bleiben. Die serbische Hauptstadt ist belagert von den Osmanen. Die haben ja jetzt zwei Schlachten gewonnen. Ja, jetzt müssen sich die Christen hier koordinieren, dass sie wieder zusammenkommen. Ja, ich denke, sie sollten sich in Italien sammeln und überschiffen, wenn das sicher ist. Hm, ich schau mal gerade, ob da... Die österreichische Armee wurde hier, eine Kondortiere-Armee von Österreich wurde angeheuert. Die bleibt aber im Holland stehen, das ist natürlich Quatsch. Die kommt nicht durch. Das bringt den Serben dann herzlich wenig. Haben sie gepokert? Ja, wahrscheinlich... Die haben fast gewonnen. Ja, fast, ja. Hat sich wahrscheinlich gerade richtig freut, dass ihm Kondotieri zugestellt wird. Bis er gesehen hat, wo sie stehen. Kairo ist inzwischen wieder frei. Das ging aber schnell. Ja, die Marmeluken haben ja ordentlich Kanonen. Die haben ja zehn Kanonen hier in ihrer Armee und auch noch einen geschickten Belagerungsgeneral. Wie war denn sowieso die Truppenzusammenstellung auf beiden Seiten? Die ähnlich, identisch? Also die Marmeluken scheinen hier sehr auf Kanonen zu setzen. Aber das kann sich natürlich auch dadurch begründet sein, dass einfach die restliche Armee schon so zusammengeschrumpft ist, dass natürlich das Verhältnis inzwischen so verschoben ist. Denn die Marmelukische Armee ist jetzt inzwischen auf 24.000 Mann zusammengeschrumpft und die war ja mal auf über 40.000. Die Christen müssen halt jetzt erstmal wieder neu aufbauen. Ich sehe schon hier Kölner wieder. Die haben vier Kanoneneinheiten. Und insgesamt glaube ich, ja, die Regimenter müssen alle erst wieder aufgefüllt werden. Die sind hier auf der Flotte. Die haben etwa 10.000 Mann jetzt vor Ort. Was er ja bei den Marmeluken 0 Manpower hat. Das heißt, alles was jetzt da frisch reinläuft, ist ja... Ja, also was vernichtet wird, bleibt erstmal vernichtet in Anführungsstrichen. Oder muss durch teure Söder ersetzt werden. Also es ist noch nicht ganz entschieden. Ich schaue da mal kurz, ja, also die sind immer noch bei 0 in der Mannstärke. Und ich schaue mal, wie ist es bei der Kriegsmüdigkeit. Die ist inzwischen bei 3, ist noch nicht ganz so hoch. Bei den, ja, die Johanniter und der Kirchenstadt, die haben schon sehr, sehr hohe Kriegsmüdigkeit halt dadurch, dass sie ihre großen Armeen verloren haben. Nun ist die Frage, ob sie nochmal so viel Kraft aufbringen können, wie beim ersten Mal. Vom Geld her sieht es bei den Marmeluken noch relativ gut aus. Also die haben noch Geld, um Söldner auszuheben, wenn es nötig werden sollte. Oh, okay. Aber im Moment sind ja keine feindlichen Heere in ihrem Land. Sie müssen also nur die Belagerung auflösen. Luca belagert hier einzelne Provinzen von Karakoyunlu. Luca. Sie sind wahrscheinlich vom Papst mit reingerufen worden, oder wie ist das möglich? Ach nee, Luca ist ein Vaisal vom Kirchenstadt, ja, gut. Das sind doch kattende Kämpfer. Also das hängt jetzt wirklich einfach davon ab, wie viel die Christen nochmal zusammenkratzen können. Jetzt greifen sie anscheinend hier die kretischen Nationalisten an. Sehe ich das richtig, ja. Vielleicht wollen sie sich dann mit Kreta begnügen, wenn sie schon das Heilige Land nicht erobern konnten. Was ja auch kein schlechtes Unterfangen ist. Dann hast du mehrere Brückenköpfe. Ja. Von Kreta aus können sie ja dann auch Nordafrika schon belagern. Das heißt, falsch ist das nicht. Also ich hätte mir auf jeden Fall sehr genau aufgenommen, wer jetzt hier, wo Ivan Kondotteri stellt, einfach ein Gesamtbild an Fein zusammenzubekommen. Das ist halt in der buddischen Zeitepoche. Da wird man immer wieder auf Überraschungen gestoßen. Mhm. Inzwischen ist die massive osmanische Macht hier in Serbien angekommen. Das heißt, das wird nicht leicht für die Christen jetzt hier noch, die Armeen aufzuhalten. Sind die gerade auf der Festung am Belagern? Ja, in Smederevo sind sie gerade und belagern eine Waldfestung. Das heißt, das wäre eigentlich eine gute Gelegenheit für die Christen anzugreifen, aber sie sind noch zögerlich. Sind dazwischen Festungen, dass die dazwischen, also dass die Rückzug der Ottoman vielleicht unterbrechen könnten? Nein, der Ottomane könnte jederzeit wieder zurück in sein eigenes Gebiet. Also, das ist schwer zu sagen, was da jetzt die beste Wahl wäre. Wahrscheinlich müssen, aber hier kommen auch noch eine große Litauer Armee, eine große Moskauer Armee. Die kommen hier noch zur Verstärkung. Das heißt, wenn sie dann wirklich alles reinwerfen, können sie durchaus gegen die Osmanen gewinnen, glaube ich. Okay. Das muss halt gut koordiniert sein, dann der Angriff. Genau, es muss ein starker Schlag gegen die automatischen, 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 automatischen Streitkräfte durchgeführt werden. Denn ich denke, die Manpower wird auf Seiten der Osmanen liegen, genauso wie die finanziellen Möglichkeiten. Und sie müssen, sie sollten meiner Meinung nach auch jetzt relativ früh angreifen, denn die Truppen aus Andalusien sind gerade auf dem Seeweg unterwegs nach Osmanien. Und Osmanien hat ja auch weitere Verbündete. Das heißt, das wird nicht leichter. Ja, aber die Zeit läuft da ganz klar gegen... Ja, was ist das eigentlich? Orthodox-katholischer Kriegsvorstoß? Hm. Multi-religiös? Ja. Ja, sie arbeiten hier gemeinsam... Denn der Gott ist derselbe. Brauch mal nichts übersprechen. Nur sie arbeiten hier gemeinsam gegen den erklärten Feind. Und jetzt gibt es wahrscheinlich eine Schlacht in Smederevo. Sie bewegen sich auf Smederevo zu. Inzwischen sind die moskovitischen und litauischen Armeen angekommen. Ah, nee, doch nicht. Sie verteilen sich doch wieder. Also ich würde anstelle der Christen jetzt angreifen. Das wird nicht leichter. Ja, wahrscheinlich haben sie es gerade nicht auf dem Plan. Ah, jetzt geht es los. In diesem Moment geht es los. Da sind einige losmarschiert. Die Osmanen bewegen sich auch zu, um ihre eine Armee zu verstärken. Inzwischen sind es 60.000 Christen gegen 20.000 Osmanen. 40.000 Osmanen kommen noch dazu. Jetzt sind es 40.000 Osmanen. Jetzt sind es 60.000 Osmanen gegen 100.000 Christen inzwischen. Boah, das ist jetzt. Und es kommen noch mehr. Es kommen noch mehr. Das ist jetzt wirklich die größte Schlacht, die wir bisher gesehen haben. Moskau kommt noch mal mit 40.000. Litauen noch mal mit 20.000. Ja, und jetzt werden die Osmanen tatsächlich niedergeknüppelt mit der Masse. 130.000 Christen sind jetzt gegen 40.000 Christen am Ende gewesen. Das heißt, äh, 40.000 Osmanen, Entschuldigung. Das heißt, da haben die Christen jetzt wirklich mit geballter Macht zugeschlagen und die Osmanen sind gebröckelt. Gegen diese Übermacht konnten sie am Ende doch nichts ausrichten. Ja, das heißt, die Muslimen, auch wenn sie hier ihr heiliges Land verteidigen konnten, werden wohl jetzt doch nur nicht mit einem blauen Auge wegkommen, sondern da wird der Osmanen was abdrücken müssen, prophezeie ich jetzt mal. Die Krim ist inzwischen auch schon belagert durch Moskau. Das war ja ein Ziel der Moskowiten, die Krim dort zu erobern oder zu befreien. Und nun können sie die serbischen Festungen wieder befreien und direkt ins Osmanenland einmarschieren. Und ich muss sie auch bitte leisten. In Anführungsstrichen großkotzigen Worte, da sind Taten gekommen. Ja, also der moskowitische Großfürst hat hier wirklich eine sehr große Koalition gebildet. Und ich hoffe mal, dass sie erfolgreich sein wird. Man könnte glatt von weiser Planung, wenn man das im Vergleich zu dem katholischen Kreuzzug sieht, sprechen. Aber da sind ja noch andere Verstebenheiten passiert, was Kondoterien angeht, die überhaupt dieses Unternehmen so in die Bedrohle haben bringen lassen. Inzwischen ist die Armee von Andalusien angekommen in Albanien. Ist aber natürlich nur zu spät für die Schlacht. Die tunelische Armee hat übrigens auch nicht geholfen. Die hat nämlich in Moldawien Festungen belagert. Ja, ist wichtig. Das ist halt, dann ist halt so, ne? Was will man machen? Ja. Ich fand das da so schön. Das ist ja erstmal gleich da geblieben. War oben sich, ne? Jetzt ist Moldau hier, Moldawien belagert, die Hauptstadt. Aber wird wahrscheinlich gleich wieder befreit werden. Aber dann müssten sich die Armee aber auch wieder zurückziehen. Das heißt, wir kämen auf automatischer Seite trotzdem wieder auf knappe 110.000 Mann. Ja, ich versuche mal hier alles zusammenzurechnen. Also wir haben hier, gut, Andalusien ist noch nicht komplett da. Oh, Andalusien wurde jetzt gerade auf Gebirge gefangen. Das ist böse. Oh, jetzt gibt es zwei Schlachten parallel. Eine Schlacht in Albanien, die die Christen eindeutig gewinnen werden. Und eine Schlacht in Sofia, die eventuell an die Osmanen gehen könnte. Da kämpfen gerade 40.000 Moskowiten gegen 30.000 Osmanen. Und es kommen noch 20.000 dazu. Ja, die Moskowiten ziehen sich zurück, um nicht zu große Verluste zu erleiden. Aber die grenadische, äh, andalusische Armee wurde hier um 5.000 Mann verkleidert. Hm, das war sozusagen ein Tausch. Oh, und schon wieder wurden sie gefangen. Sie haben sich nur eine Provinz weit zurückgezogen und wurden schon wieder gefangen. Ja, dann sind sie weg. Hm, ja, sie werden das wahrscheinlich noch überleben. Aber es ist natürlich teuer an Truppen. Ja, da muss man, wenn man gut, also, wenn man, äh, fix ist, dann kann man, äh, die Truppe auswählen und selber sagen, wohin die marschieren soll. Das ist dann, äh, so der Punkt für die Truppe automatisch getreten. Und, äh, dann kann man so den ein oder anderen Vollverlust, äh, nochmal, äh, weisen. Ja, es bleibt spannend. Ähm, wie sieht's auf der anderen Front aus? Die Marmeluppen haben ihr Gebiet wieder soweit bis auf die Insel. Und kommt da nochmal ein Aufbegehren? Also, ich habe ja fast die Vermutung, dass jetzt einfach die, äh, Christen, die haben jetzt hier die komplette Küste blockiert, der Marmeluppen, und Kreta besetzt. Und die spekulieren jetzt wahrscheinlich darauf, dass irgendwann der marmeluppische Sultan einknickt und Kreta abdrückt. Gut, die Frage ist, haben sie Kreta als Kriegsziel genommen? Nein, haben sie nicht, sie haben, glaube ich, oder Moment, kann ich ja gucken. Ja, doch. Ja, dann ist es, dann zählt ja auch der Zähler langsam hoch. Das heißt, die werden sich dann mit dem kleinen Stück begnügen. Oh, hier ist eine Schlacht in Albanien. 90.000 Christen gegen 30.000 Osmanen noch. Also, das geht hier richtig blutig zur Sache. Und die Christen haben den Festungsvorteil. Die Osmanen mussten sich hier zurückziehen. Also, das ist auch richtig teuer für die Osmanen hier alles. Und die Christen haben noch nicht mal ihre gesamte Armee zusammengezogen gehabt. Denn ein Teil der christlichen Armee belagert gerade noch Moldau. Wow, wow. Also, das ist hier wirklich... Schweden, deutscher Orden, Litau, Moskau, Serbien. Ja, da haben sich alle zusammengetan. Aber das war ja auch höchste Zeit, mal den Osmanen Einhalt zu gebieten. Die haben sich ja so stark entwickelt. Und man merkt es ja, diese riesige Koalition ist gerade so in der Lage, diese Schlachten zu gewinnen. Das sind immer knappe Schlachten, obwohl die Osmanen hier komplett in der Unterzahl sind. Das ist phänomenal. Und man sieht es ja auch so nicht direkt auf der Karte. Da sitzt halt, wie du das vorhin schon richtig gesagt hattest, die Osmanen sind halt kompakt. Die haben halt wirklich sehr reiche Kerngebiete und sehr starke Militäreinheiten auch. Ich kann ja mal jetzt in die Osmanen... Genau, da wollte ich nämlich gerade... Ich bin jetzt drin bei den Osmanen. Und die haben immer noch 18.000 Mann Reserve. Und bekommen monatlich 700 dazu. Das heißt, da ist ordentlich Kraft dahinter. Das stimmt. In der Regel hat man so um die 100 bis 400. Ja, bei kleineren. Völlig richtig. Also, die Osmanen sind ja noch lange nicht besiegt. Aber gegen so eine Überzahl, wenn die Christen jetzt nicht irgendwie durch andere Kriege abgelenkt werden, da wird es natürlich trotzdem schwer. Wie sieht es mit der Finanzpower aus? Er kann ja auch einfach dann auch Verschleiß fahren. Sollte aber ohne Ende aussehen. Ja, im Moment. Also, sehr reich ist der Osmanen jetzt auch nicht mehr. Dadurch, dass natürlich die Armee jetzt verstärkt werden muss, hat er ein erhebliches Bilanzdefizit. Und auf der hohen Kante hat er noch etwa 280. Ja gut, damit kann sie nicht auch von denen. Und in so einem großen Krieg ist das nur ein Tropfen aus den heißen Steinen. Ich glaube, der Osmaner wird hier wahrscheinlich einen Kompromiss suchen müssen, um da rauszukommen. Ja, er wird wahrscheinlich auch ein paar Schulden aufnehmen müssen. Alleine, weil das hier halt noch ein bisschen dauert. Ja. Wow. Also, das ist hier sehr spannend. Also, die Christen haben hier einfach durch diese geballte Macht, die sie zusammen aufgefahren haben, zwar nicht das Vollziel erreicht, aber sind auf jeden Fall auf dem Vormarsch. Also, Kreta, würde ich, prophezeie ich jetzt mal, Kreta wird wahrscheinlich an den Johanniterorten gehen. Also, mich persönlich freut sowas dafür. Kann ich mir gar nicht erklären, warum. Nicht? Nein. Also, ich spekuliere natürlich, dass ich den Job wieder bekomme. Und eine weitere große Schlacht. Oh, die könnte spannend werden. 60.000 Osmanen gegen 90.000 Christen und es kommen nochmal 20.000 aus Andalusien dazu. Aber auch nochmal Salzburger. Jetzt sind es 100.000 Christen gegen 70.000 Muslime. Wer hat den Vorteil? Das kann spannend werden. Es ist wirklich schwer zu sagen. Also, den Geländevorteil haben die Osmanen und die werden das wohl jetzt gewinnen, tatsächlich. Das könnte tatsächlich der Ausschlag gewesen sein, bei solch großen... Jetzt kommen nochmal Albanien dazu. Wird aber wahrscheinlich zu spät sein. Jetzt sind es noch 85.000 gegen 63.000. Albanien kommt dazu. Gibt nochmal einen kleinen Moralschub, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Dazu sind die Osmanen einfach zu diszipliniert. Und die Übermacht der Christen ist nicht groß genug. Ja. Und da ziehen sich die Christen zurück. Es war natürlich trotzdem eine sehr teure Schlacht für die Muslime, denn man muss ja dran denken. Das Blut der Christen wird ja auf mehr Schultern verteilt. Ja. Und jetzt sehe ich hier schon wieder, jetzt kommen hier schon wieder 50.000 frische Einheiten von den Litauern. Und da auf die ausgeblutete und ausgemergelte Armee der Osmanen. Also, da ist keine Verschnaufpause in Sicht. Aber sie kämpfen tapfer. Jedes Mal, auch in der Untertragung, muss man einfach mal sagen. Umgekehrt. Wer hat das ausgelöst? Sie sind offensichtlich davon überzeugt, dass Gott auf ihrer Seite ist. Und kämpfen bis zum letzten Mann. Du hast es ihm noch gesagt. Reif ihn nicht an. Reif ihn nicht an. Und jetzt wurde Frieden geschlossen. Jetzt wurde Frieden geschlossen. Hm. Ich sehe noch keine Grenzveränderung. Okay. Dann war das wahrscheinlich sehr eindrucksvoll, dass die Christen da verloren haben. Mhm. Dann haben die es mit Angst bekommen. Wahrscheinlich sind sie auch schon auf dem Zahn. Ja. Ja. Doch, da hat der osmanische Sultan aber nochmal Glück gehabt. Denn ich glaube, noch so eine Schlacht hat er nicht gewinnen können. Ja. Weißer Frieden? Sieht das wirklich noch weiß und Frieden aus? Also, ich sehe noch keine Veränderung. Vielleicht können wir mal mit den, mit dem, ja, mit wem können wir da sprechen? Damit wir nicht immer mit denselben sprechen. Vielleicht sprechen wir mal mit Schweden oder so. Ja. Den General müssen wir, glaube ich, auf nächstes Mal verschieben. Ja. Dann sprechen wir kurz mit Schweden und fragen, wie das Ergebnis des Krieges war. Damit Vitellius auch mal zu Wort kommt. Ja. Salzburg hätten wir auch noch fragen können. Na gut, mit Salzburg haben wir auch neulich schon gesprochen. Aber Vitellius hatten wir noch gar nicht dabei. Dann können wir ihn jetzt mal kurz befragen dazu. So. Ich habe hier den schwedischen Herrscher. Ja. Seid gegrüßt. Wir wollten nur ganz kurz erfahren, wie denn der Krieg gegen die Osmanen gelaufen ist, an dem ihr euch auch beteiligt habt. Mit Kondoterik. Die Endergebnisse waren erschütternd. Sie haben uns in Schlachten gesiegt. Wir waren fünfmal so stark wie sie und wir haben verloren. Wir konnten nichts machen. Hm. Und ihr habt jetzt auch für eure Koalition keine Gebietsgewinne gemacht? Nein, wir konnten froh sein, dass wir ohne Verlust davon kamen. Na gut. Das ist ja überraschend, ehrlich gesagt. Denn aus meiner Sicht sah das ein bisschen anders aus. Aber gut. Und ist denn jetzt eher Depression angesagt oder wird ein neuer Kreuzzug geplant zu einem späteren Zeitpunkt? Wir haben so viele schwedische Leben dort verloren. Wir wollen auch nicht wieder in diese Hölle zurück. Also gut. Das heißt, der Osmaner hat sich erst mal aufs trockene Land gerettet. Gut, dann danken wir euch für diese kurze Nachricht. Und ja, wollt ihr vielleicht zu euren eigenen Plänen noch was sagen bei der Gelegenheit? Ja, zu den großen Plänen Karls IX. gehört erstmal Konsolidierung des standinavischen Landes. Wir wollen die Norweger aus dem Norden vertreiben und in den Süden drängen. Und uns die dänischen Inseln einverleiben. Hm. Ihr hattet ja vorher schon einen Krieg gegen Dänemark. Wie ist denn der ausgegangen? Um Sierland. Mit einem totalen Sieg. Wir hatten alles bekommen, was wir wollten. Wir wollten Norwegen in die Unabhängigkeit entlassen. Was wir geschafft haben und haben noch Bornholm und Berhuslen erhalten können. Im Prinzip war es ein voller Sieg. So, dann Glückwunsch dazu. Und auch viel Erfolg bei euren weiteren Zügen gegen Dänemark. Wir danken. Dann lebt wohl. Und wenn du, Shalom Don, jetzt nichts noch sagen möchtest, würden wir wahrscheinlich die Folge an diesem Punkt erstmal beenden. Jetzt sind ja die großen Kriege größtenteils vorbei. Hier der Kreuzzug gegen Mameluken läuft noch auf kleiner Flamme. Aber da passiert im Moment nicht viel. Wirklich auch, genau. Da sollten wir uns auch den Mamelukischen Herrscher nochmal demnächst zukommen lassen. Ja, da können wir dann in der nächsten Folge mal drauf kommen. Aber du hast recht, jetzt ist erstmal die Zeit der Wunden. Ja, wir lecken jetzt alle unsere Wunden, die Zuschauer auch. Also, dass es wirklich hier so viele Menschen wie gestorben sind in den letzten Monaten und Jahren. Da müssen wir jetzt mal alle zusammen trauern. Vielleicht möchten die Zuschauer auch mal irgendwelche Trauerkommentare aussprechen. Also, vielleicht sind ja auch eure Familien in diesem Krieg gestorben oder haben Mitglieder verloren. Vielleicht könnt ihr ja da was dazu schreiben. Also, das waren die blutigsten Kriege, die ich bisher hier gesehen habe. Ja, wahrscheinlich kriegt der WB deswegen noch Ärger. Ich hoffe nicht, weil am Ende fällt das noch auf mich zurück. Ich hoffe, der guckt das hier nicht. Dann kannst du dich noch rausreden. Und was hier, da ist da einer von den Rittervögeln mal zur Unterstützung da gewesen. Und schon bricht in der Welt das Chaos aus. Ah gut, die Gelegenheit nutze ich aus und schiebe alles auf dich. Alles klar. Dann tschüss, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye.